Es ist etwas, das ich noch nie gesehen habe, in dieser Art. Und man ist voll in dieser Welt. Und ja, zeitweise hat man das Gefühl, mit dieser Dreidimensionalität, wir laufen mit. Also gut ab, es ist sehr gut gesehen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Es ist sehr abwechselnd. Ich sehe viele Farben, eine gute Musik dazu. Also ich würde gerne nochmal kommen. Und es macht Lust auf mich. Ich fand es eine wahnsinnig schöne Kombination von dem Multimedia mit dem alten Handwerk, wenn man so will. Und ich finde es wahnsinnig sehenswert. Also ich bin ohne Vorstellungen, wie ich daher kam, eher mit grossen Fragezeichen. Aber als es angefangen hat, bin ich nachher total überwältigend gewesen. Es ist sensationell. Man kann einfach geniessen. Es zieht einen richtig rein. Und die Bilder und die Animationen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe es sehr schön gefunden, wie die Bilder sich bewegt haben. Also aus dem Stand heraus, wie sich dann Bewegung ergeben hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Weil dadurch, dass es einfach rundherum ist, hat man sich einfach bewegen im Raum. Und das hat einfach eine wahnsinnige Atmosphäre gegeben. Ich habe es einfach, ich habe es mich jetzt erschlagen, die Nähe, wo ich die Wucht von einem Pinselstrich sehe, von meinem Van Gogh. Das ist grossartig. Schlicht und einfach. Die Wucht Die Wucht Solange Amen.